Das ist Nick. Er ist ein einfühlsamer Künstler. Ich bleib hier. Wir haben nen Gig, Nicky. Ich mach nen Tag blau. Ohne glückende Liebe. Hey Triss, hier ist Nick. Ich glaub wir haben beide Dinge gesagt, die wir nicht so gemeint haben. Du zum Beispiel, dass du mich absehwert hast. An meinem Geburtstag. Das ist Nora. Okay, los rein mit euch. Sie hält sich immer an die Spielregeln. Versprich mir, dass du dich heute Abend nicht volllaufen lässt. Aber heute Nacht. Nora, wieder mal Solo? Ich bin hier mit jemandem. Mit wem? Ist Schluss damit. Willst du für fünf Minuten mein Freund sein? Was? Spiel einfach nur mit, okay? Nick, Nora, ich wusste überhaupt nicht, dass ihr euch kennt. Wir haben denselben Zahnarzt. Ja, ja, ist toll. Ich bring meine Freunde nach Hause. Wir fahren das besoffene Brack. Habt ihr ruhig ein bisschen Spaß? Wenn du ihr auch nur ein Haar grümmst, dann mach ich euch alle kalt. Nora, der hat mich voll im Griff. Au. Oh. Sie wird's überleben. Haben Sie schon verliebt? Das hier ist kein Taxi, ich schwör's Ihnen. Ja. Ich bin kein Taxi. Ich bin kein Taxi. Ich bin kein Taxi. Ich bin die so sehr, das ist schon krank. Okay, Endstation. Was macht das? 8,50 Euro, inklusive Aufpreis für die Reinigung. Wir haben die Kleine verloren. Was? Was? Wo steckst du? Ich sitze vor Jesus. Auf Jesus. Er ist viel größer als du glaubst. Sagen wir mal, wir sind nicht gerade begeistert von seiner Ex und wir finden, du bist die Richtige. Kannst du? Kennst du den Föhnsturm? Nora, komm jetzt. Was soll das? Das geht dich gar nichts an. Noch einmal. Nachher und was? Hammer. Na, Hammernacht.